Das habe ich öfter mal. Wenn man da ein bisschen Strecken pflegt, kannst du oft mal nichts erklären. Oder wenn du am Abend landest und es ist nur turbulent irgendwo, denkst du dir, das gibt es jetzt nicht, das muss ja auch ruhig sein. Aber das ist halt ein ewiges Weiterlernen. Darum ist ja auch der Sport so interessant, weil es nie gleich ist. Du kannst tausendmal vom Grubik stehen oder vom Berg runterfliegen, es wird nie dasselbe sein. Und du sagst in einer anderen Sportart wie Snowboarden, da ist es auch immer lässig, tiefschneid zu fahren. Aber es ist fast immer gleich. Wenn ich den Hang 10 mal runterfahre, wird es fast immer gleich sein. Beim Fliegen ist es immer anders. Da ist der Start anders, die Landung anders, der Flug anders. Und das macht es aus. Pots Glitz, der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit... Alex Rauter. Und ich bin Lucian Haas. Der Grubigstein, Lermos, die Zugspitz-Arena. Vielen Gleitschirmfliegern werden diese Namen vor allem im Zusammenhang mit den Red Bull X-Alps ein Begriff sein. Denn seit vielen Editionen des berühmten Hike-and-Fly-Rennens ist Lermos ein offizieller Wendepunkt, von dem aus die Piloten dann auf den Grubigstein sprinten, um ihren Flug fortzusetzen. Wenn es um die Frage geht, wo man dort bei den herrschenden Bedingungen am besten starten kann, dann vertrauen nicht nur X-Alps-Rookies und Veteranen auf den Local Alex Rauter. Alex ist der Ansprechpartner für alle, die an Grubigstein fliegen wollen. Er kennt den Berg wie seine Westentasche, hat dort sein ganzes Fliegerleben verbracht, seine größten Erfolge gefeiert, aber auch seine schlimmsten Rückschläge erlebt. In dieser 137. Folge von Potsglitz erzählt Mr. Grubigstein, wie ich ihn nenne, von all dem. Die Geschichten umspannen mehr als drei Jahrzehnte. Von den Anfängen der Gleitschirmfliegerei, als der Grubigstein gewissermaßen noch zu flach zum Starten war, zu heutigen Bedingungen, wo X-Alps-Piloten den Berg manchmal direkt vom Landeplatz aus komplett aufsuchen. Alex hat in dieser Zeit selbst all diese Entwicklungen mitgemacht. Und obwohl der 53-Jährige schon tausende Flüge vom Grubigstein in seinen Flugbüchern stehen hat, ist er heute nicht weniger fasziniert von der Fliegerei und dem Hikenfly an seinem Berg als in jungen Jahren. Nur, dass heute mehr Wissen, mehr Erfahrung und auch mehr Demut mit dem Spiel sind. Der Podcast Potsglitz und der zugehörige Gleitschirmblog Luglitz sind professionell gemachte, zeitaufwendige Projekte. Ich finanziere sie bewusst nicht über störende Werbung, sondern allein über Förderbeiträge. Wer meine Arbeit daran schon unterstützt, dem sage ich Danke. Wenn auch du etwas beitragen willst, damit es mit Podcast und Blog weitergeht, dann gehe auf die Seite Fördern im Gleitschirmblog Luglitz. Jetzt aber lausche erst einmal den Geschichten von Mr. Grubigstein, Alex Rauter. Alex, was ist für dich der Grubigstein? Ja, der Grubigstein ist für mich mein Hausberg. Also vor den Anfangszeiten vom Fliegen hat man ja da gar nicht runterfliegen können, weil er eigentlich viel zu flach ist, also zu wenig Neigung hat. Da sind wir immer auf die andere Seite, auf den Daniel gegangen, ob Spitze. Und da ist man mit mehreren Leuten raufgefahren, bis auf die Lamosalm. Dann ist man raufgestiegen, runtergeflogen. Und früher, die Schirme waren ja mit so einer schlechten Gleitzahl, dass wir links- und rechtskurve geflogen sind. Und da hat man gesagt, heute war Wahnsinn, das war ja richtig ein Traum. Heute ist es richtig gut gegangen. Und unser größter Traum, oder mein größter Traum, war eigentlich einmal vom Grubigstein überhaupt zu fliegen. Weil ich dachte, das werde ich nie erleben. So gute Schirme werden nicht gebaut werden. Und das war halt mein Traum, einmal vom Grubigstein runterzufliegen. Du fliegst schon so lange, dass am Anfang die Schirme so einen schlechten Gleitwinkel hattest, dass du nicht vom Grubigstein weggekommen wärst. Ja, von Anfang an, wie das rausgekommen ist, habe ich angefangen. Und das waren ja eigentlich Fallschirme. Und die haben eine Gleitzahl 1 zu 2, 1 zu 2,5. Vielleicht 3 haben die gehabt. Und man hat halt sehr schwer starten können oben. Man hat ein steiles Gelände gebraucht, viel Wind. Und dann ist man halt runtergeflogen. Und über dem Dorf halt vielleicht eine links-rechtskurve. Und das war es. Und ein Landeplatz. Das heißt, das war, wann hast du gestartet? 86, 87 irgendwann da so rum? 1986 habe ich gestartet, ja. Hast du damals schon einen Lehrer gehabt? Oder hast du dir einfach mal so einen Fallschirm quasi gekauft und gesagt, ich probiere das mal? Ja, das war eigentlich so. Mein Vater, der ist immer Bergsteigen gewesen in Chamonix. Und in den Monaten sind die da runtergeflogen, die Franzosen, wie das rausgekommen ist. Und hat mich angerufen. Und ich war da in Kitzbühel bei meinem Onkel auf Urlaub. Und war noch ein kleiner Junge oder Jugendlich. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich unbedingt machen. Weil ich wollte eigentlich Hubschrauberpilot werden. Und wollte immer fliegen. Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, er kennt ja den Steinbach, den Erfinder. Und der hat dort jetzt nebenbei so Gleitschirme entwickelt. Aus Fallschirmen. Und am nächsten Tag sind wir da zu dem hingefahren. Und dann bin ich eigentlich schon vom kleinen Hügel runtergeflogen. Oder so am mittleren Berg. Und dann habe ich meinen Vater angerufen. Und der hat gesagt, du, du musst den unbedingt herbringen nach Lamos. Da ist der gekommen. Da haben sicher 25 Leute angefangen, in Lamos zu fliegen. Und man ist schon auf einem kleinen Hügel nach Lehn rauf. Und ein Lehrer war da schon dabei. Aber da hat es nur geheißen, Schirm auslegen. Und dann laufen, 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 laufen. Lieber zehn Schritte in der Luft zu viel. Und passieren kann sowieso nichts. Und da hat man können links und rechts ziehen, wie man will. Da hat sich nicht viel bewegt. Und das Lustige der ganzen Geschichte war ja das, die Schirme waren ja hinten an der Ausrittskante, die waren da teilweise, die waren nicht zugenäht. Die waren offen. Aha, da kam die Luft einfach wieder raus. Da kam die Luft einfach raus. Und mit dem Lamos haben wir so einen Düftler, der war eigentlich immer viel herumgebastelt. Und der war auch dabei. Und dann ist er halt da so vorbeigegangen bei dem Schirm. Und dann hat er gesagt, ich würde das hinten zunähen. Ist ja viel besser. Dann hat ja eigentlich der Steinbach gesagt, ja, da nähe ich einfach hinten ein bisschen mehr zu. Dann kommt aber die Luft nicht mehr raus. Aber dass das das Profil ergibt, das hat ja kein Mensch gewusst. Und dann habt ihr selber zugenäht und dann waren die Schirme plötzlich doppelt so gut wie vorher? Der hat dann zugenäht und dann ist es einmal viel besser gegangen. Wenn das 86, 87 dein Start war, wann bist du denn dann zum ersten Mal dann wirklich vom Grubigstein geflogen, wo du sagst, eigentlich war der für die normalen Schirme zu flach? Ganz genaue Zeit kann er nicht sagen. Da müsst ihr in meinem Flugbuch nachschauen. Aber das war sicher zehn Jahre später. Erst? Ja. So lange hat es gedauert, bis die Schirme dann so gut waren? Das hat sehr lange gedauert und dann sind wir erst vom Grubigstein geflogen. Und das war halt auch ... Wir haben nicht gewusst, geht es jetzt aus oder geht es jetzt nicht aus. Und es war eigentlich gar kein so guter Tag jetzt hinten nach, wo man ein bisschen mehr Erfahrung hat, viel mehr Erfahrung hat. Es war eigentlich Rückenwind oder Seitenwind und wir sind trotzdem irgendwie da rausgekommen. Und Gott sei Dank hat das hingekaut, weil sonst hätte man das wahrscheinlich gleich verschmissen, den Plan. Nun gibt es hier am Grubigstein zwei große Starkstromleitungen, die einmal den Hang queren. Seid ihr da drüber gekommen oder musstet ihr unten drunter fliegen? Also bei den Stromleitungen sind wir drüber gekommen. Aber in den Anfangszeiten war es halt schon oft, man hat halt müssen ganz gerade rausfliegen mit den modernen Schirmen. Meistens waren sie Hochleistungsschirme. Die waren halt richtig gefährlich in der Zeit noch. Und wenn man sich halt oben am Hang ein bisschen herum ... Man hat sich ja nicht halten können, man ist halt nur ein bisschen herumgeflogen, zum was anschauen oder so, dann ist man schon oft vor der Stromleitung auch gelandet. Aber da war ja ein Riesenfeld und da sind wir öfter gelandet. Und ich bin schon wieder zur Mittelstation aufgestiegen und wieder raufgefahren. Nun ist Grubigstein ein Gelände, was ich kennengelernt habe, als ich die ersten Male da war, war ich total positiv überrascht in der Form, dass es ein gut ausgestattetes Gelände ist. Alle Startplätze waren ausgeschildert. Es gab Zettelchen da dran, wo man sehen konnte, hier kann man starten. Es gab einen Prospekt, in dem jeder Startplatz genau beschrieben war und so was. Und ich glaube, dass das alles du damals auch gemacht und in die Wege geleitet. Was hat dich dazu gereizt oder getrieben, zu demjenigen zu werden, der quasi das Gleitschirmfliegen am Grubigstein fördert, pusht, weiterbringen will? Ja, im Grunde genommen ist das langsam alles gewachsen. Und das ist halt immer mehr geworden. Und der Grubigstein ist jetzt kein Anfänger, also ein ganzer Anfängerfluggebiet will ich jetzt nicht sagen. Es ist kein einfaches Fluggebiet. Aber man muss halt ein paar Grundbegriffe wissen oder nachfragen, wenn man das versteht mit den Talwindsystemen. Wenn es fönig ist, dass das ein fönanfälliger Berg ist, wenn man das alles weiß, dann macht das schon sehr viel Spaß, weil er ist sehr früh thermisch. Man kann um neun Uhr in der Früh teilweise schon aufdrehen. Das ist vergleichbar mit dem Osterfelderkopf in Garmisch. Man kann in alle Richtungen in Strecken fliegen, sehr gut thermisch. Und wir haben fast das ganze Jahr eine Thermik. Also wenn die Südflanke, sobald die Latschen frei sind oder nicht viel Schnee hat, es geht eigentlich immer ganz gut zum Fliegen. Und das Ganze mit den Startplätzen herrichten, weil wir haben neun verschiedene Startplätze. Das ist oft die gleiche Windrichtung. Man kann halt, wenn oben zu viel Wind ist, weiter runter gehen. Und dann hat man halt irgendwann einmal selber Wildfahnen aufgestellt, dass man es selber sieht. Weil unser größter Traum war ja früher, es wäre einmal ein Traum, dass man, Handy hat es ja keins gegeben, aber dass man mal Windstationen abfragen kann. Das hat es ja alles nicht gegeben. Und heutzutage gibt es ja die Holfußstationen oder was sonst die anderen anbieten. Und das hat man sich ja nicht vorgestellt, dass das geht. Die Liftstationen oder die Stützen haben so Windräder gehabt, aber die hat man ja nicht abfragen können. Da hat man sich beim Lift anrufen, wenn besetzt war und hat er gesagt, ja, es ist drei, vier, fünf Meter in der Sekunde Wind. Oder in Innsbruck am Flughafen das Tonband. Aber dass man da aufs Handy schaut und die Windstation abruft, das war ein Traum. Und dann ist das halt so losgegangen mit dem Tandemfliegen bei mir. Und beim Tandemfliegen hat man in der Zwischenzeit, wenn man den nächsten Flug wird, hat man nicht so viel Zeit, mit anderen Leuten da lang zu reden oder Fragen zu beantworten. Und die sind halt da unten gestanden und haben gesagt, wo geht es zum Fliegen? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich müsste rauffahren und Südstauplatz oder Nordstauplatz oder Weststauplatz. Und das hat aber gleich nicht so hingehaut, weil die Leute wissen ja nicht, wo Norden oder teilweise wissen die nicht, wo Norden, Süden oder Westen ist. Und dann haben wir halt das angefangen mit Flyer schreiben, nummerieren und dass die das genau wissen. Und oben, dass sie auch den Weg runter finden, dass das halt einfach ist. Dass du nicht zehnmal ans Telefon gehen musst oder jedes Mal erklären, wo ist das oder wo ist das. Und eben am Landeplatz ist das Gleiche dann passiert. Also weil umso mehr los ist, dann landen die Leute außen und mit den Bauern und so. Muss man immer schauen, dass man da nicht in Konflikt geratet. Und dann hat man halt das aufgeschrieben. Und da lief dich da auch sehr kooperativ unter Tourismusverband. Die haben halt näherndes zusammengeschrieben. Die haben halt die Tafeln finanziert. Und so ist das alles gewachsen. Ich habe mal für mich so als Arbeitstitel für diesen Podcastgeister so Mr. Grubigstein. Also derjenige, der hier so alles prägt. Als ich dich kennengelernt habe, ich glaube das muss so vor 15 Jahren gewesen sein. Als ich zum ersten Mal auch hier war. Und auch später, da hattest du noch keine Flugschule. Und damals hast du auch irgendwann mal gesagt, eigentlich du willst gar kein Fluglehrer sein. Sondern du hast dein Tandem und bist selber noch geflogen. Und hast die Leute halt ein bisschen eingewiesen. Aber sagst, nee, als Fluglehrer will ich das gar nicht. Das wäre mir zu viel Stress und sowas. Mittlerweile hast du eine Flugschule. Was hat dich umgestimmt? Ja, dass ich keine Flugschule wollte, das ist vielleicht jetzt gar nicht richtig. Aber durch das Tandem fliegen, das habe ich halt jeden Tag. Ich bin selber viel zum Fliegen gekommen. Das macht mir Spaß. Und das ist da im Grubigstein. Das Tandem fliegen oft nicht einfach. Aber das macht es gerade aus. Weil es da selber nachher noch richtig Spaß macht. Und eine Herausforderung darstellt. Und es ist einfach kein Standard, dass man einfach runter fliegt. Das heißt, du hast Stärmeck. Du kannst aufdrehen und ein bisschen so an. Starten ist auch manchmal mehr Wind. Und da muss man rückwärts starten. Und das macht halt Spaß beim Tandem fliegen. Aber dann war es halt so. Es waren immer mehr Gastpfleger da. Und die sind halt da runter geflogen. Mit Liegegurten oder andere Gurtzeuge oder Schürme. Und ich habe halt unten gesagt. Entschuldigung, aber dein Gurtzeug ist falsch eingestellt. Das habe ich gerade neu gekauft. Das kann nicht sein. Dann habe ich gesagt. Du, ich habe jetzt leider keine Zeit. Aber wenn du Lust hast, komm am Nachmittag bei mir vorbei. Dann stell das da ein. Dann sind die vorbeigekommen. Und das ist halt immer mehr geworden. Und die haben gesagt. Warum machst du keine Flugschule? Also das wäre super. Also Trainings oder Techniktraining oder Gebietseinweisungen oder Hike und Flytouren. Und dann dachte ich, das ist gar keine schlechte Idee. Und dann habe ich halt den Fluglehrer noch gemacht und habe das so aufgebaut. Und war es eine gute Entscheidung für dich? Ich finde es gut. Also für mich war es eine gute Entscheidung. Mein Ziel war immer, ich will ja das weiterhin. Ich will nicht groß werden. Ich will eine kleine Flugschule haben. Ich will noch selber. Alles kann ich nicht selber machen. Aber ich will auch selber noch im Schub stehen. Beratung geben. Weil mir ist das eigentlich wichtig. Das macht das glaube ich auch aus, dass man selber da ist. Aber mir geht es auch darum, dass ich mit den Leuten noch selber am Berg rauf gehen kann. Dass ich auch selber fliegen kann. Weil nur wenn ich selber fliege, dann kann ich die Situation in Zukunft noch weiterhin gut einschätzen. Also wenn ich nur im Büro oder am Übungshang stehe. Und wir haben halt kleine Gruppen. Und es macht halt sehr viel Spaß mit denen arbeiten. Und man sieht da, dass die durch das Fluggebiet, weil es nicht einfach ist, dass die halt einen sehr großen Lernerfolg haben. Und ich sage immer, wenn ihr hier fliegen könnt, dann könnt ihr auf der ganzen Welt fliegen. Also da brauche ich immer nachher auch in Italien. Mitten nicht mehr. Den Gedanken muss man überall machen. Aber da muss ich schon Entscheidungen treffen können. Wo vom Flugweg, vom Wind, welchen Startplatz. Ich kann nicht einfach rauf fahren und sagen, ja, da steht jetzt der Windsack und das passt. Es gibt verschiedene Startplätze, wo man hinlaufen muss. Die auch sehr unterschiedlich sind. Die einen sind, man kann einen ganz normalen flachen Vorwärtsstart im Grunde machen. Und der andere ist fast ein Klippenstart, wo du dann schon rückwärts starten könnt. Und dass du den Schirm gut kontrollieren können musst, dass du da dann überhaupt so rauskommst. Also es sind wirklich alle Fähigkeiten verlangt. Ja, ja, das sind, also wir haben verwiesen Startplätze. Mittelsteil oder flach bis zum Klippenstart ist alles dabei. Man will nicht immer Klippenstart sagen. Es ist eigentlich ein schöner, also ein guter Startplatz. Man muss halt rückwärts starten können. Und Startabbruch muss man halt davor überlegen, ob er noch funktioniert oder nicht. Jetzt fliegst du 39 Jahre. Wenn du sagst, erst nach zehn Jahren, Pi mal Daumen, bist du am Kubikstein zum ersten Mal geflogen. Also 30 Jahre fliegst du trotzdem schon diesen Berg. Wird das nicht irgendwann langweilig? Hast du nicht irgendwann schon alles gesehen und alles mal gehabt, was man hier am Berg erleben kann, auch in der Luft? Also für mich ist das Fliegen nie langweilig, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt nur Tannen fliegen müsste, gewerblich. Da weiß ich nicht, ob ich noch fliegen würde. Für mich ist das Fliegen einfach ein Privileg, dass man das machen kann. Und für mich ist das Heike am Fly um und auf. Wenn es das Heike am Fly jetzt nicht geben würde, wüsste ich nicht, ob ich so viel fliegen täte oder ob ich überhaupt noch fliegen würde. Also das ist das Schönste, wenn man aufgeht in der Früh oder am Abend oder untertags und macht einen Heike am Fly-Tour und fliegt dann runter. Was fasziniert dich daran so? Ja, dass ich körperlich was mache, dass ich in der Natur bin, dass ich die Natur genießen kann. Und dann kann ich es verbinden mit einem Flug nach unten oder vielleicht einem längeren Flug oder einem Biwak-Flug. Und da kommt es aber gar nicht auf die Länge auf den Flug drauf an. Es zählt für mich genauso. Zehn Minuten Abgleiter wie, sagen wir mal, ich bin sechs Stunden in der Luft. Das Erlebnis zählt. Und das macht es eben aus am Gleitschirmfliegen, finde ich. Das heißt, du suchst das Erlebnis. Auch in dieser Kombination zu sagen, ich bin ganz früh morgens und beim ersten Sonnenstrahlen kann ich hier mal raus starten. Und das ist dann ein faszinierendes Erlebnis für dich. Genau, um das geht es eigentlich bei mir, vom Gleitschirmfliegen, um das Erlebnis, dass ich da rauf gehe. Und ich gehe mit der Einstellung rauf, dass ich vielleicht wieder zu Fuß runter gehe. Und ich sage, der Tag hat sich schon rendiert. Ich bin im Sonnenaufgang oben gewesen. Der Flug ist dann noch eine Aufgabe und eine Belohnung. Wenn es funktioniert, super. Wenn der Wind zu stark ist, dann geht man halt runter und hat trotzdem eine schöne Bergtour gehabt. Und kann dann auch in den Job gehen oder in die Flugschule und dann auch die Tannenflüge starten oder die Schulung. Das ist schon ein Traum. Gehst du an jedem fliegbaren Tag irgendwie Hike & Fly mäßig auf den Berg morgens früh? Ist das wie so ein Frühsport für dich? Ja, wenn das Wetter passt. Also man muss jeden Tag ausnutzen, sage ich. Also wenn ich jetzt gesund bin, wenn ich nicht krank bin oder was, dann gehe ich jeden Tag. Apropos Hike & Fly. Das ist schon eine ganze Weile her. 2008 war das, glaube ich. Da hast du sogar mal einen Weltrekord im Hike & Fly aufgestellt. Und bist im Grunde die Höhe des Everest einmal in einem Tag immer wieder auf Gipfel hochgelaufen. Ich glaube siebenmal oder sieben verschiedene Gipfel jeweils über 1000 Meter hochgelaufen. Und dann wieder runtergeflogen. Woher kam diese Idee? Was hat dich daran gereizt? Ja, Freunde von mir, die sind zu Fuß fünf oder sechs Mal auf die Zugspitze gegangen. Und haben die 8.848 Höhenmeter gemacht. Mit der Bahn wieder runtergefahren und wieder raufgelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte ich auch mal machen, aber ich fliege runter. Und dann, das war an einem Regentag. Und dann bin ich halt rübergefahren und mir das einmal anzuschauen in der Zugspitzbahn. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das haben die schon gemacht. Nochmal das Gleiche machen, das ist jetzt keine Option. Und dann ist mir das eingefallen, bin ich so ein bisschen nach Bücherbach raufgefahren und habe gesagt, da gehe ich zuerst von Bücherbach auf die Kohlbergspitze, fliege nach Lehn, gehe auf die Uppspitze, fliege runter nach Erwald, gehe auf die Zugspitze, fliege runter nach Erwald, Sonnenspitze. Dann wäre es sogar noch Erschbefliegung, wenn ich von oben fliege. Wieder nach Lermus, Grubigstein, Lermus, Bleispitze und dann nochmal Bücherbach und auf den Almkopf. Insgesamt habe ich mir das ausgerechnet, 9.300 Höhenmeter. Und ich habe noch gesagt, ja, das mache ich. Ich wollte das eigentlich für mich so machen. Und dann habe ich aber einen Sponsor gebraucht. Und der Sponsor, das war dazu mal NOVA, und die haben gesagt, ja, wenn du einen Schirm willst, dann musst du ein Foto bringen oder irgendwas machen. Und dann bin ich halt so ein Fotograf und der hat dann gesagt, nein, nein, da müssen wir einen Film machen. Dann habe ich gedacht, ja, den Film jetzt auch noch machen. Und der war halt auch gleich begeistert, ein junger Filmer. Und dann ist das alles so gewachsen. Dann hat man halt den Film dann gemacht und ein Foto dazu. Und das ist halt so entstanden, die ganze Geschichte. Mittlerweile gibt es, glaube ich, was so 24 Stunden High and Fly betrifft, zumindest, da sind sie immer nur denselben Berg hochgelaufen. Aber mittlerweile liegt der Rekord bei über 17.000 Metern. Wie ist das für dich, wenn du so eine Zahl hörst? Würdest du dann sagen, hätte ich in meinen jüngeren Jahren auch nochmal schaffen können? Oder sagst du, das sind einfach nur noch Tiere, die da den Berg hochhechten? Nein, da habe ich ein bisschen andere Einstellungen, weil das war ja wieder bei mir. Mir ist ja ums Erlebnis gegangen. Also die Berge, die ich darauf beflogen und bestiegen habe, da war ich gar nicht sicher, ob ich zu dieser Uhrzeit immer starten kann, wie Zugspitze, Sonnenspitze. Und das hat es ausgemacht. Da hat ja dazu mal noch das Gleitsäbelwetter, der Stefan Hörmann war ja dazu mal noch, und der hat mir halt gesagt, da kann man besser das Wetter am Karakorum voraussagen, in Nepal, wie diese Berge mit dem Talwindsystem. Und das hat ja auch alles perfekt gepasst. Ich hätte es ja auch nicht glauben können, dass es wirklich einen Tag gibt, wo alles so perfekt passt. Aber jetzt die neuen Hike-and-Fly-Rekorde, was sie da brechen. Und letztes Jahr hat im Grubigstein das auch wieder einer gemacht. Da haben wir einer mit dem E-Bike und da einer ist gelaufen und da einer ist geflogen. Ja, da wäre viel mehr drinnen. Wieder jetzt der Franzose mit den 17.000 Höhenmeter. Ich bin überzeugt, der Skibergsteiger, der kann ja noch viel mehr, wenn der mit dem Ski wieder runterfährt. Also um das ist es gar nicht gegangen. Wahrscheinlich hätte man noch mehr Höhenmeter gehen können. Aber die Runde war markant und die Berge, das ist ein Erlebnis für mich. Mit diesen Leistungen, die du da auch gezeigt hast, wärst du ja eigentlich, also auch mit dieser Begeisterung für das Hike-and-Fly und sowas, wärst du eigentlich auch ein guter Kandidat oder Kandidat gewesen? Vielleicht in jüngeren Jahren auch für die X-Alps. Hast du dich da jemals beworben oder jemals mit dem Gedanken gespielt, dich vielleicht zu bewerben? Ja, in den Anfangszeiten habe ich die immer beworben, aber da war ja dazu mal noch die Österreicher dabei. Die, die da immer gestartet sind, in den Anfangsjahren hat man das nicht so ausgesucht. Das waren halt meistens Salzburger oder in dem Raum da unten und die waren halt da jahrelang dabei. Und dann hat es halt mal geheißen, ja, ich könnte für Bulgarien starten oder für Rumänien. Und das müsste man ja alles selber kümmern um die Staatsbürgerschaft. Dann habe ich gesagt, nein, dann bin ich ja schon mal Bulgare und kann doch nicht mittun. Ich komme wieder als Österreicher zurück. Und dann heißt es ja, der Alex kann nur da mittun, wenn er Bulgare ist, sonst nehmen sie ihn eh nicht. Und dann ist das halt eingeschlafen mit der Flugschule und alles. Und jetzt mittlerweile will ich nicht mehr mittun, weil da musst du Vollprofi sein. Also da ist dann im Fliegen auch nicht mehr drinnen. Da muss ich schon jeden Tag fliegen, fliegen, fliegen und Testpilot sein oder was. Vollprofi. Sonst hast du keine Chance. Sonst finde ich das gefährlich und hast keine Chance. Nur, dass ich da hinten im Mittelfeld oder was weiß ich, hinten auch mitfliege und sagen wir, wo kann mein Leben riskieren? Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Nun ist ja der Grubigstein und Lärm Moos. Wahrscheinlich würde ich von ausgehen, denn die meisten Hörer werden den kennen als Wendepunkt oder einen der Wendepunkte für die X-Alps. So in den letzten Jahren immer bei den letzten Editionen war das ja immer so gesetzt. Hast du das auch mit angeschoben, dass das so ist? Tja, das war eigentlich ein Zufall. Nein, ich habe das nicht angeschoben. Der Tourismusverband hat sich da selber beworben und haben mich noch angerufen und gesagt, wir kriegen die X-Alps daher. Ich habe es gar nicht glauben können. Also sie sagen, für sie ist das eine super Werbung. Und ich hoffe, dass wir nächstes wieder dabei sind. Also bis jetzt habe ich noch nichts gefragt vom Tourismus selber. Aber wir waren jetzt viermal oder fünfmal. Ich weiß es gar nicht genau. Und für mich ist es eine super Werbung und für die Region ebenso. Es sind sehr viele Flieger, wo sie von weit her kommen, teilweise Neuseeländer. Die stehen nur da und wollen die Tafel fotografieren oder einmal auf dem Startplatz starten, wo der Kriegel Maurer gestartet ist oder der Kokanea auf dem Punkt gelandet ist. Das zählt für dich. Das ist eine super Werbung. Wie siehst du die X-Alps, wenn die hier vorbeikommen? Ist das ein großes Fest für dich? Oder ist das auch im Grunde Stress, weil du dann auch wieder als Berater gefragt bist und sonst was alles? Ja, im Grunde genommen Stress ist es nicht. Es macht Spaß. Aber du hilfst den Athleten mit. Die fragen dich. Und du läufst mit ihnen rauf oder zeigst ihnen Startplätze. Im Grunde genommen helfe ich jedem, wer mich fragt. Es ist nicht, dass man nur den Besten hilft. Also das wird jedem geholfen. Und es ist halt, für mich ist es halt, Stress kann man nicht sagen, aber in dem Tag kann ich nicht Tandem fliegen oder schulen. Und da steht halt die X-Alps im Vordergrund. Und es ist immer so, zuerst denkst du, jetzt kommen die nächste X-Alps und dann denkst du, ja, das wächst halt so hin. Aber dann umso näher es kommt, umso mehr Feuer und Flamme wird man nachher. Und dann an dem Tag, das ist schon was Besonderes. Also das ist eine coole Geschichte. Gerade hier bei der letzten X-Alps sind einige Piloten vom Landeplatz aus nur im Grunde ein paar Meter quasi nach oben gelaufen und dann dort raus gestartet und sind dann direkt im Grunde von unten im Talwind den Berg nach oben gesort. Wusstest du, dass das geht? Hast du denen das empfohlen, probiert? Oder war das, wie ist das gekommen? Wie sind die auf die Idee gekommen? Nein, die Top-Piloten, die sind in Kontakt, oder sind sie früher noch da, also sind sie mal da als Training. Und da hat man kurz davor schon telefoniert oder vielleicht einen Tag davor, was könnte man in Lamos machen? Geht man wieder in den Startplatz wie vor einem Jahr davor oder was kann man da tun? Und das hat sich halt jetzt gerade so angeboten, dass da der Nordostwind so stark war und da muss man nur ein paar Meter rauf gehen. Ich glaube sogar der Tommy Friedrich ist ja gar nicht rauf gegangen, der hat ein paar Meter rauf gehendelt und ist gleich weggeflogen, wäre auch gegangen. Und da bin ich auch über die Jahre drauf gekommen, dass das funktioniert. Die Tage werden jetzt immer mehr, früher war das selten und jetzt kommt immer mehr der Nordost-Tallwind stärker durch und funktioniert ganz gut, ja. Wie hat sich überhaupt das Fliegen in diesen 30 Jahren Grobesteinerfahrung verändert? Gibt es da so klassische Trends, zum einen vielleicht klimatisch, aber auch von dem, was hier gemacht wird? Wie hier geflogen wird? Ändert sich da was? Oder hat es sich geändert? Ich glaube schon, dass sich sehr viel ändert vom Wetter. Also ich rede oft mit älteren Piloten oder mit dem Uli Wiesmeyer habe ich auch schon geredet. Der ist ja auch ein ziemlich erfahrener, älterer Pilot und die Tommy wird immer stärker, ist meiner Meinung, immer unberechenbarer. Entweder ist es nichts oder ist es ganz stark und die Winde auch. Also wir haben früher ein schönes Talwindsystem gehabt und mittlerweile haben wir, da kommt dann der Wind von Reutti rein und vom Garmischertal, von Garmisch rauf und mittlerweile haben wir immer sehr starken Rostwind. Und es gibt da Tage, wo du starke Thermik hast und du hast fast keinen Talwind mehr oder null Talwind. Du kannst von 50 Meter am Boden aufdrehen, wie ein Passano, wo halt keine Talwinde herrschen. und das wird immer mehr und ich glaube schon, dass sich das Wetter markant verändert. Ob es jetzt vom Klimaerwärmung ist oder nicht, das weiß ich, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber es hat sich verändert. Nimmst du das als negativ wahr? Also ist das eine Entwicklung, die du fürchtest oder ist das etwas, wo du sagst, na wir kriegen auch neue Möglichkeiten dadurch. Beispielsweise, wenn du sagst, ich kann von 50 Meter über Talgrund heute manchmal noch aufdrehen, was ich früher so eigentlich nie hätte können. Ja, ich finde es schon als neue Möglichkeit, weil ich kann ja gegen das Wetter sowieso nichts machen und muss schauen, dass ich das Beste draus mache und dann muss ich halt schauen, dass ich mit der Situation leben kann. Und es gibt ja viele positive Seiten, wie du sagst, dass ich von 50 Metern am Boden aufdrehen kann oder dass ich mehr Nordostwind habe und kann vom Landeplatz weg aufsohren und dann in die Thermik reinsteigen. Also das, ich finde es, es ist nicht negativ, so gesehen. Mhm. Und dass die Thermik so viel stärker ist heutzutage, ist ja auch ein möglicherweise größeres Risiko, auch wenn es für die schon sehr erfahrenen Piloten schön sein können, weil sie sagen kann, ich kann jetzt vielleicht auch schneller fliegen, ich komme schneller hoch, also kann ich auch schneller weiter fliegen und dann wieder einen neuen XC-Rekord aufstellen oder sonstiges. Aber für Otto-Normal-Piloten oder Flugschüler oder sowas ist das ja etwas, wo man vielleicht viel häufiger dann auch sagen müsste, am besten die Mittagszeit dann meiden. Also geht entweder bis 11 Uhr raus oder erst nach 18 Uhr wieder oder sowas. Ja genau, das ist ja das Problem, aber ich kann oft nicht mehr einschätzen, war das jetzt ein starker Tag oder ein schwacher oder ist das turbulent gewesen. Die anderen sagen halt, heute war es turbulent. Die sagen, ja, war normal, wenn man so lange fliegt oder macht das nicht so viel aus. Aber eben für die Normal-Piloten oder für die Gastflieger, da wird es schwerer zum Einzuschätzen und da wäre es halt schon gut, wenn sie sich Infos holen. Natürlich kann ich nicht immer vor Ort stehen und Infos geben, aber wie gesagt, wir haben ja das in der Flugschule alles da und wenn man das früh genug fragt oder am Vortag, dann kriegen die eine Auskunft. Und wenn die dann zum Beispiel, die können am Vormittag, wenn ein starker Tag ist, bis eins, halb zwei, nur super schön fliegen und da können sie auch schon weit fliegen und dann am späten Abend. Da muss man halt die stärkste Zeit auslassen. Für einen Profi oder für einen Vielflieger ist das alles kein Problem, wenn er weiß, um was es geht. Und wir haben ja auch, wer nicht landen kann am Landeplatz, wenn er schon zu klein wäre, wir haben ja riesen Moos unten zwischen Erber, Laumus und Biberwirr und da sind die Felder meistens irgendwo auf Feld gemäht und da findet man schon einen Platz, wo man bei sehr viel Wind landen kann. Wege gibt es ja auch noch da drinnen. Wege gibt es ja auch. Wo man auch noch drauf landet. Wenn man da gleich rausgeht und da hat noch niemand was gesagt. Von den 30 Jahren, die du dann auch hier fliegst, siehst du ja auch immer die Leute hier hinkommen und hier fliegen gehen. Hat sich aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung heraus in der Flieger-Community was verändert? Sind die Leute heute anders drauf, die Gleitschirmfliegen als die Flieger, die vor 20 Jahren geflogen sind? Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt da, ich schätze in der Gleitschirmszene, da gibt es halt viele wenig Flieger, die was selten nur im Urlaub fliegen und dann gibt es auch viele, die was jeden Tag fliegen oder viel Hike and Fly machen und das unterscheidet sich meiner Meinung nach schon sehr. Und ich finde halt heutzutage die Leute, die könnten sich halt viel durch Bücher lesen, durch DRV-Videos schauen, durch dein Podcast, durch Infohefte. Die haben alle Möglichkeiten, das haben wir früher nicht gehabt. Die können ein G-Force-Training besuchen, ein Sicherheitstraining besuchen, in der Flugschule vielleicht mal ein Privatcoaching nehmen, ein Starttraining machen. Früher hast du das alles selber lernen müssen. Die haben sehr viele Möglichkeiten, da in sehr kurzer Zeit weit zu kommen, wenn man noch gewollt ist, da vielleicht Geld in die Hand zu nehmen und das auch will. Aber ich sehe halt auch viel, dass da viele Leute sind, die sagen, das Fliegen geht so nebenbei. Ein neues Fahrrad ist schon gut oder ein Fahrrad-Technik-Training. Beim Fliegen, da will ich nicht so viel Geld ausgeben und das mache ich schon, das brauche ich jetzt nicht. Und da sehe ich schon ein bisschen ein Risiko, weil die Schirme werden immer besser. Man sagt zwar einfacher zum Fliegen, aber meiner Meinung nach fliegen die Schirme viel zu gut. Das Problem ist das Runterkommen heutzutage. Oben bleiben die Schüler von alleine schon fast. Die Schirme starten mäßig, die starten fast von alleine. Die Geräte sind Top-Geräte alles. Und da muss man sich halt schon mit dem Sport befassen und sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann man das schaffen, dass man solche Leute, die vielleicht Fliegen nur als ein bisschen nebenbei Hobby sehen, was sie auch noch mitmachen, neben vielen anderen Sachen vielleicht auch noch. Ihnen auch dieses Risiko, was mit dem Fliegen natürlich auch verbunden ist, denen das so zu Augen führen, dass sie sich davon nicht abgeschreckt fühlen, sondern Lust bekommen, sich stärker damit zu befassen? Ja, vielleicht, wenn ich mit Leuten rede, das persönliche Gespräch macht viel aus. Vielleicht einmal sagen, fahr mit uns auf eine Flugreise. Da geht es jetzt nicht ums Geld verdienen. Sicher verdiene ich mit denen mein Geld. Aber wenn die da mitfahren, dann sehen sie, was man noch machen kann. Und man kann auch in einem guten Piloten noch was beibringen. Wenn der Fluglehrer oder der Flugschulleiter oder seine Angestellten, wenn die sich auch immer weiterbilden und selber auch viel fliegen und Schurme testen oder verschiedene Geräte fliegen, dann kommt auch ein guter Pilot wieder weiter. Und der kommt mit dir auch wieder auf eine Reise oder auf ein Training, weil er sieht, da kann ich immer noch was lernen von dem. Und das macht es meiner Meinung nach aus. Wo bist du besonders gut drin? Was könnte ich von dir lernen? Oh, bei dir. Nein, überschätze mich nicht, sondern ich meine, die ganze Bergerfahrung, die du hast, die habe ich nicht. Ich bin weitgehend Flachland-Tiroler, der hauptsächlich irgendwo um Bonn herum fliegt und ab und zu mal in den Bergen ist und dann starten kann ich, aber vieles dann auch wieder nicht. Aber gibt es Sachen, wo du sagst, in diesen Bereichen bin ich besonders gut? Ja, ich habe ja fliegen gesehen. Also Thermik fliegen kannst du, das kannst du gut. Und du bist sicher auch schon viel auf der Strecke gewesen, aber vielleicht kann man das verbinden mit einem High-Camp-Fly, vielleicht kann man irgendwo top landen, vielleicht kann man einen Biwak-Flug machen. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt mit dir selber noch nicht geflogen, aber vielleicht effizient fliegen, dass man den Beschleuniger noch mal einsetzt. Weil viele Leute fliegen jetzt einen C-Schirm oder einen High-B und wenn ich den Beschleuniger einsetze, dann brauche ich den Schirm eigentlich nicht, weil ein Low-Level-B fliegt, der steigt gleich gut. Und dass man halt da aufbaut, dass du sagst, ich möchte die Strecke fliegen, sagen wir 50 oder 100 Kilometer und das auch in einer gewissen Zeit, nicht den ganzen Tag da herumtümpeln, sondern wirklich dazwischen ins Gas geht, nicht immer bis in die Basis auftritt und so kann man das aufbauen. Oder morgen mal top landet, einmal irgendwo auf der Hütte und den Flug genießt und dann wieder weiter fliegt. Bist du jemand, der heutzutage noch oder früher mal auf XC-Punkte geschielt hat und da so hinterher war und gesagt hat, ich will aber in irgendeiner Rangliste weit oben stehen und der sich geärgert hat, wenn der Flug dann nicht die 200 plus X hatte, sondern nur die 199 oder so? Nein, das war mir nie wichtig. Also das war mir nie wichtig, weil wenn das bei mir zu turbulent wird oder ich fühle mich nicht mehr wohl in der Luft, dann gehe ich landen. Da sage ich nicht, ich fliege jetzt da hinten noch in das Leih rein, weil ich da noch die nächsten Kilometer fertig fliegen muss. Da gehe ich halt landen und der Flug genossen und gehe da rauf und fliege vielleicht nochmal heim. Aber dass ich da jetzt am Startplatz stehe oder am Landeplatz und gebe das alles gleich ins GPS ein oder wie viele machen abgleit und unten wird sofort ins Ware eingeben im DRV oder XC-Contest, das interessiert mich jetzt nicht. Warst du früher mehr ein wilder Hund? Ein wilder Hund will ich nicht sagen. Man hat die Erfahrung nicht gehabt. Man hat ja nichts nachlesen können. Du hast das alles selber getestet. Und aus dieser Zeit gibt es da irgendwelche richtig blöden Erfahrungen, die du mal gemacht hast? Oder auch richtig tollen, weil du etwas nicht verstanden hast, aber dann aus etwas Unverstanden etwas ganz Tolles geworden ist? Was eigentlich wirklich schief gelaufen ist, war mein Absturz. Ich bin 2016 abgestürzt und ich bin immer geflogen, beim Regen, beim Schnee. Es ist immer gegangen. Und ich habe mir immer gedacht, an dem Tag auch, da kann ich vier- oder fünfmal runterfliegen im Regen. Und der Start war halt schwierig. Man hat schon gewusst, den Beschleuniger und aufpassen, nicht bremsen. Und dass das nicht erst rein ist, okay. Und ich habe zu jedem gesagt, da darf niemand fliegen, außer ich. Und beim Runterfliegen dazu mal, habe ich mir gedacht, das ist alles ein Blödsinn, was in den Büchern steht. Das stimmt nicht. Und dann bin ich wirklich runtergefallen am Landearmflug. Und ich habe nichts mehr machen können. Da habe ich mich schon mal hinten runtergefallen. Ich war im Beschleuniger drinnen. und das ist einfach hinten runter. Und ich bin voll auf der Straße aufgeschlagen. Und es hat müssen sein. Weil ich mit dem Snowboard auch so Erstbefahrungen gemacht habe und so extreme Sachen. Und ich habe mir wirklich gedacht, ich habe mir gedacht, ich bin unsterblich. Ich kann machen, was ich will. Und so war es nicht. Und das war gut so. Das war jetzt ein schwerer Unfall. Aber Fußbruch wäre zu wenig gewesen. Ich hätte weitergemacht. Und das hat mir dann schon zum Denken gegeben. Aber auch im positiven Sinne. Weil früher, wenn es wirklich schlecht Wetter war, mal ein paar Tage, dann hast du mit mir nicht mehr reden können. Weil ich habe nicht fliegen können. Ja. Und dann war ich sauer. Und da bist du mir besser aus dem Weg gegangen. Und jetzt, nach dem Unfall, denken wir, weißt du was? Ich kann wieder fliegen. Ich kann wieder meinen Sport machen. Das hätte ganz anders ausgehen können. Wenn es natürlich morgen nicht zum Fliegen geht. Für das Geschäft ist schlecht. Aber dann fliege ich übermorgen. Und wenn es übermorgen nicht geht, dann fliege ich nächste Woche. Und man lernt es wieder mehr zu schätzen, was man da eigentlich macht. Du fällst runter. Und im ersten Moment sind alle Gedanken, du weißt nicht, was du hast. Du weißt, es ist ein schwerer Unfall. Und du willst nur gesund werden. Und das andere zählt nicht mehr. Wie lange hat es gebraucht, bis du wieder in die Luft konntest? Also ich habe einen offenen Ellenbogenbruch gehabt. Den hat man nicht mehr abbiegen können. Da habe ich viel trainiert. Drei Wirbel gebrochen. Und das war im September. Und Silvester bin ich vor der Zugspitze geflogen. Oh. Ja. Das war aber dann flott. Ja. Ich habe sehr viel trainiert. Die Ärzte haben gesagt, das Vorteil war das, dass ich schon trainiert war, dass ich mich schneller regeneriere. Und der Wille war halt da. Ich habe beim Aufschlag schon gewusst, ich fliege wieder. Weil ich auch nicht gewusst, wie kann man so blöd sein und bei so einem Wetter fliegen. Aber hattest du es trotzdem vorher gemacht. Aber den anderen gesagt, ihr fliegt nicht, Ich habe eben verboten zu fliegen. Der Hubschrauber ist gekommen, da haben sie gesagt, ich habe ihn selber angerufen oder selber gerufen und die haben dann gesagt, ja, wir haben eh gewusst, dass du bist, weil wer fliegt da? Ja. Und war dann dieser Flug von der Zugspitze, wo du sagst, Silvester bist du wieder von der Zugspitze geflogen, war das der Erstflug nach dem Unfall? Ja, ganz ehrlich, bin ich in La Palma schon geflogen, aber da hat es mir der Arzt noch verboten. Da waren wir in La Palma und da ist halt meine Freundin da hat sie mal noch geflogen und ich habe halt zugeschaut und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgelöst. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich auch ein, zwei Flüge ohne Arztbestätigung und am Silvester, weil offiziell, dass ich da fliegen habe dürfen und dann bin ich von der Zugspitze runter. Das hat da so gepasst und darum bin ich in die Zugspitze gegangen. Ist das nicht auch schon wieder ein großes Risiko, damit einzugehen? Ich meine, Zugspitze ist wahrscheinlich auch nicht der einfachste Berg, um dort zu starten und vielleicht auch gerade an Silvester nicht, also mitten im Winter. An dem Tag war es super, da hat alles gepasst, darum bin ich raufgegangen. Leichter Westwind, da oben ist Schnee, keine Steine und du musst nur rückwärts aufziehen und bist schon weggeflogen und ich habe ja gewusst, das war ja alles noch ganz normal wie früher, nur dass ich halt dazwischen abgestürzt bin. Aber wenn du weißt, warum, wenn ich nicht wüsste, warum ich abgestürze, wenn da irgendwas wäre, was ich mir nicht erklären könnte, dann wäre das Problem größer. Aber solange du weißt, warum das passiert und das analysieren kannst, dann will ich schon weiterhin fliegen. Mit so viel Erfahrung, die du jetzt hast, wie häufig passiert es dir dann noch, dass du sagst, jetzt ist was los, was ich nicht verstehe, was ich mir nicht erklären kann? Boah, das habe ich öfter mal. Also wenn man da ein bisschen Strecken fliegt oder so, kannst du oft auch mal nichts erklären oder wenn du am Abend landest und es ist nur turbulent irgendwo, denkst du dir, das gibt es jetzt nicht, das muss ja auch ruhig sein. Aber das ist halt ein ewiges Weiterlernen, darum ist ja auch der Sport so interessant, weil es nie gleich ist. Du kannst tausendmal vom Grubig stehen oder vom Berg runterfliegen, es wird nie dasselbe sein. Und du sagst, in einer anderen Sportart wie Snowboarden, da ist es auch immer lässig, Tiefschnitt zu fahren. Aber es ist fast immer gleich. Wenn ich den Hang 10 mal runterfahre, wird es fast immer gleich sein. Beim Fliegen ist es immer anders. Da ist der Start anders, die Landung anders, der Flug anders und das macht es aus. Was ist das letzte Große, was du für dich gelernt hast beim Fliegen? Ja, dass man Respekt haben muss. Man muss immer Respekt haben. Also wenn man rauf geht und du hast gar keinen Respekt, man will nicht Angst sagen, wenn das alles zur Normalität wird, dann wird es meiner Meinung nach gefährlich. Und das muss man lernen. Wenn man auf seinen Bauch, wenn man länger fliegt, der Schüler kann jetzt nicht auf seinen Bauchfühl hören, weil der hat noch keins oder der fühlt sich vielleicht am Anfang nicht wohl oder schon wohl. Aber so risikobereit, das muss man, die Risikobereitschaft, das sollte man schon ein bisschen im Griff haben und aufs Bauchgefühl hören. Und wenn mir passiert so, wenn ich mich nicht gut fühle und es sind 25 Piloten am Grubigstein und ich fahre auf, dann sage ich zum anderen Passagier, das ist auch schon passiert, ich fliege halt nicht. Dann sagt er, warum? Die anderen fliegen ja. Dann sage ich, weil ich mich nicht gut fühle. Aber die verstehen es halt bei mir, weil sie wissen, wie lange ich fliege und die sind dann nicht böse. Die kommen aber wieder. Und auf das muss man hören. Und ich sage Hallo zu den Schülern oder zu den Leuten. Runterfahren oder einen Startabbruch zu machen, das finde ich gut. Das ist besser, als wenn der sich irgendwie da rausstürzt. Das zeigt, dass er sowas gelernt hat. Und das ist ja keine Schande, nicht zu fliegen. Der fliegt ja vielleicht anders mal viel schöner als die anderen. Du hast am Anfang gesagt, du hattest den Traum, Hubschrauberpilot zu werden. Hast du den irgendwie mal auch versucht zu realisieren oder ist der mit Gleitschirmfliegen, hat sich das dann, da war dein Flugtraum erfüllt und Hubschrauber war dann kein Thema mehr? Tja, das war so, meine Eltern wollten das nicht. Also ich wollte immer Hubschrauberpilot werden, aber das hat man mir dann irgendwie ausgeredet und dazu mal haben wir gedacht, jetzt habe ich Gleitschirmfliegen angefangen oder fange das an und dann passt das an. Also wenn ich jetzt nochmal auf die Welt kommen würde und nochmal jung wäre, dann würde ich Hubschrauberpilot werden. Das ist eins, was sicher ist. Wenn du jetzt diesen Traum nicht realisiert hast, aber sicherlich noch andere Träume hast, welche Träume hast du noch fürs Gleitschirmfliegen für dich? Also was würdest du da gerne nochmal machen können oder realisieren können? Also ich habe schon noch ein Projekt, das was ich machen will, das will ich aber jetzt auch nicht sagen. Das kann ich dir mal privat sagen, weil das will ich noch geheim halten. Aber ich will einfach Spaß noch am Fliegen haben. Was ich halt noch mehr machen will, das ist halt zeitlich ein bisschen ein Problem noch, weil die Tage werden immer weniger, wo es richtig gut zum Fliegen geht. Biwack fliegen, aber nicht auf Leistung, sondern vielleicht mit der Freundin oder mit einem Freund oder mit mehreren Leuten. Das ist halt schwierig, dass das zusammenpasst und da zählt das Erlebnis. Vielleicht einmal an Tagen irgendwo bleiben, wenn es da schön ist. Vielleicht wenn man mit einem anderen Land ist, einmal die Kultur sich da auszutauschen. So was möchte ich dann machen. Hast du schon die Ausrüstung dafür? Also auch Zelt und sonstiges, was man da vielleicht braucht? Also das ist halt alles. Wir fliegen ja da auf Biwack und so. Also die Schuermasche sowieso und Schlafsack und Equipment, das haben wir alles da. Wenn jetzt Schüler zu dir kommen, wie häufig machst du mit denen Hike & Fly? Wenn du so sagst, das ist eigentlich deine Passion, also was überträgst du dafür dann auf deinen Schülern? Ja, ich habe halt da sehr viele Leute, die vom Klettersport kommen oder von der Bergrettung sind oder die sowieso da im Gebirge aufgewachsen sind. Und ich sage immer, kommt einmal den ersten Tag her, macht es euch keinen Kopf. Wir entscheiden, weil sie sagen, ich brauche eine Ausrüstung, soll ich etwas Gebrauchtes kaufen oder irgendwas. Ich sage gar nichts, jetzt kommt einmal einen Tag oder zwei, dann gehen wir an den Übungshang und dann kristallisiert sich das eh raus, wo der hin will. Will der einen leichten Schirm, wo er auch noch gut fliegen kann? Will der vielleicht noch einen Bergsteigerschirm, wo er noch abgleiten kann und ein bisschen damit fliegen? Oder interessiert ihn das gar nicht, das Hike & Fly und will einfach eine normale Ausrüstung? Und das finde ich eigentlich, das hat sich so gut, funktioniert die letzten Jahre recht gut. Die Leute machen keinen Feldkauf und sie wissen dann auch, dass man nicht ihnen irgendwas andrehen will oder irgendwas verkaufen will, sondern die sehen wirklich, ja, das ist gut für mich. Und ich sage halt noch zu den Leuten, ich muss ja mit euch auch arbeiten, ich verkaufe ja nicht irgendwas, wo ich dann mich auch schwer tue. Und mittlerweile haben ich sogar Leute, die was nach dem Kurs, also da treffen wir uns ja sowieso, bei uns ist das nicht so, dass du den Kurs fertig hast und du brauchst dich nicht mehr blicken lassen oder ich bin froh, wenn ich ihn nicht sehe oder so. Nein, im Gegenteil, die können jederzeit vorbeikommen. Ich rufe sie jetzt nicht an, die müssen schon mir schreiben und anrufen. Ich fahre jeden Tag rauf zum Tandemfliegen, dann können die mit, dann sagen wir halt kurzes Wetterbriefing, fahre mit rauf und dann sage ich, du, wenn ich weggeflogen bin, kannst du schon starten oder gehst da rauf, einen anderen Startplatz, ich gehe halt da runter, weil der einfach ist für das Tandem und die werden da nicht alleine oder im Regen stehen lassen nach dem Kurs oder nach der Ausbildung. Gibt es Skills, die man als Flugschüler für Hike & Fly und sowas lernen sollte, die so in normalem Flugschulwissen was geschult werden soll, also von dem, was im Lehrplan steht oder sowas, wo du sagen würdest, da fehlt eigentlich was, dass diese Leute das da schon mitbekommen, auch in der Schulung? Ja, das fehlt nicht nur beim Hike & Fly, das fehlt, mein Traum wäre das, wenn die, wenn die, wenn die Ausbildung viel, viel länger gehen würde, natürlich wäre es halt viel, viel teurer, aber dann wäre es auch für den Schüler gut und für den, also für den Lehrer sowieso, weil du kannst dem was mitgeben. Grauenhändling, wir machen das sowieso, Grauenhändling bei unserer Ausbildungen und verschiedene Startplätze, um und auf, das nutzt dich nichts, wenn du einen schönen Wiesenstartplatz hast und da lasse ich die zwei verschiedene Startplätze, einmal links, rechts und das ist alles Wiese und die gleiche Hangneigung, das bringt dem nichts, wenn er dann irgendwo noch steht, wo es mittelsteil ist, vielleicht in steile übergeht oder einen steilen Startplatz hat, da ist sich dann der Schüler überfordert, wenn er das nicht gehört hat. Ja, das müsste man halt viel mehr schulen, aber das ist mir klar, ich kann jetzt nicht mit den Preisen anfangen, dann kommt keiner mehr her oder wenn beim Alex dauert die Ausbildung viel zu lange, aber das wäre natürlich schon der Traum, wenn die Leute nachher selber, die sollen ja selbstständig piloten werden, nicht irgendjemanden fragen oder irgendwo wieder da mitfahren oder da, das ist schon gut, die sollen schon auf eine Flugreise mitfahren, aber wie ich zuerst gesagt habe, die fahren auch wieder mit, wenn du ihnen weiterhin was beibringen kannst, auch einen guten Piloten. Auf deinem Auto steht der Hike & Fly Spezialist. Im Grunde könntest du ja vielleicht auch spezielle, also nach einer Schulung oder sowas sagen, ich biete nochmal spezielle Hike & Fly Kurse an, wo ich sage, wir trainieren nochmal ein paar Spezialsachen, die man dafür braucht. Was wäre das denn dann? Also was würdest du mit solchen Leuten besonders gezielt trainieren, um zu sagen, ich mache euch fit noch für Hike & Fly Abenteuer? Ja, das haben wir ja gemacht, wir sind ja Ortler, Wildspitzen, solche Sachen haben wir angeboten oder bieten wir an und da macht es sehr viel aus. Ich habe teilweise sehr gute Piloten mitgehabt, die sagen, dass sie konditionell auch einigermaßen gut beieinander sind, eine Kondition haben, aber wenn du mit den Leuten auf den Ort lang gehst und die sind dann so angespannt da oben, da kann es sein, bei einem hat man die Schuhe ausgezogen, da oben auf dem Berg, auf mittel am Gletscher, weil er weiß auch nicht warum, die fliegen nochmal Hochleistungsschirme, sind gute Starter und wir müssen die rauslassen wie ein Schüler mit einem ersten Höhenflug, weil die teilweise dann so von der Höhe, von der Anspannung macht das so viel aus. Und das ist doch die Überlegung, wenn ich jetzt nicht wegkomme, muss jetzt alles wieder runterlaufen und wir sollten ja wegkommen, die Wolken setzen ein, Wolkenbildung, das muss sitzen, da vorne ist vielleicht der Gletscherspalte, wo ich auch nicht, oder da muss ich abheben und das landet halt da nachher mit uns, dass du da halt nur die Ruhe bewahrst, dass du das einschätzen kannst, die Windbedingungen, Startbedingungen. Was würdest du denn insgesamt so als das Schwierigste eigentlich, wenn du so im Großen und Ganzen vom Hike and Fly, wenn man das so kombiniert, ist es eigentlich eher diese Top-Landereinschätzung von wo kann ich da noch richtig sein oder ist es eigentlich die Starteinschätzung, die da schwierig ist? Also ich finde, dass die Starteinschätzung schwierig ist, weil du bist ja da eine, du hast ja keine, du hast vielleicht keinen Windanzeiger da, du bist irgendwo nicht ganz am Berg, du weißt nicht, du musst dich halt vorinformieren, wo ist die Hauptwindrichtung, bin ich vielleicht in einem Rotor oder ist das noch eine thermische Ablösung, also das, und du hast ja nicht immer ideale Startplätze, das kann ja mal sein, dass du nur ein Schotterfeld hast oder ein Schneefeld, natürlich wenn das Schneefeld dann vorne immer steiler wird und Eis, da muss ich mir dann auch abschätzen können, das machen wir bei den Reisen oder bei den Hike and Flytourn auch, weil ich sage da vorne, wo ich dann stehe, da musst du abbrechen, weiter, wenn du dann weiterläufst, dann fällst du runter, weil du ausrutschst und das macht es eigentlich schon schwer, ich meine, das Toplanden, du musst ja nicht wie die X-Habs Piloten mit vollbeschleunigt, herzengerei in den Hang rein, du kannst ja einen super Platz aussuchen, dann fliegst du halt ein bisschen weiter und landest quer zum Hang, also das kann man sich da schon einteilen. Machst du häufig Toplandungen? Ja, mache ich schon, ich mache sie oft, also wenn wir fliegen jetzt so die Talkesselrunde da, dann fliegt man rauf in die Cobbocker Hütte, landet ein, dann fliegen wir rüber in den Grubigstein und es macht Spaß und ich mache es für mich selber als Übung, weil das muss man immer dranbleiben und üben, nur einmal das im Jahr machen und sagen, ich kann Toplanden, ja, das wird es halt nicht immer gut gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, oder nicht das Gefühl so, ich finde es schade, dass, weil viele Leute so mit diesen XC Punkten fliegen und man muss dafür einen zusammenhängenden Flug haben, also ohne Unterbrechung, ist eigentlich nie die Möglichkeit, dass man irgendwo Toplanden kann, weil dann ist der XC Flug kaputt, obwohl es total schön wäre, oder man kann halt mal pinkeln gehen, wenn es nur das ist, pinkeln gehen und dann würde er dann weiterfliegen von derselben Stelle und ich finde das immer schade, dass in diesen XC Regeln diese Möglichkeit nicht ist, dass man einfach sagt, pass mal auf, ich bin da gelandet und wenn ich an derselben Stelle wieder raus starte, dann sollte das doch eigentlich als weitergehender Flug gelten oder als Einflug dann letzten Endes gelten für die Strecke, weil im Grunde habe ich die größere Schwierigkeit gehabt, nicht derjenige, der einfach weiter geflogen ist, hatte die größere Schwierigkeit. Wie siehst du das? Ja, das hat mich jetzt auf eine gute Idee gebracht, weil das habe ich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber das sehe ich auch so wie du. Also das wäre sicher interessanter, wenn da die Möglichkeit wäre, einmal einzulanden. Natürlich, wie man das halt nachher im Gesamtding sieht, das wird schwierig werden, aber vom Erlebnis her sicher besser oder man kann einmal einlanden und vielleicht warten, bis die Verhältnisse besser werden oder auch bis die Basis steigt oder wo. Also das wäre natürlich auch schon eine coole Sache, wenn es das geben würde. Darum interessiert mich das Ganze auch nicht mit den XC-Punkten, weil wenn ich jetzt einlande, dann lande ich ein. Das ist mir dann egal, ob ich da Punkte reinstellen kann oder nicht. Kann man irgendwelche Flüge von dir in irgendwelchen XC-Datenbanken finden? Also in Lefkade habe ich letztes Jahr mal was reingestellt, schon stelle ich ja nie was rein. Ich fliege jetzt nicht die überweiten Strecken. Mir geht es da um das Erlebnis und um da irgendwo hinzufliegen, wo man dort landen kann und da vielleicht in die Sonne sitzen, um das geht es mir. Wo liegt der Grobig-Steiner-Rekord, weißt du das? Der Adrian Keller ist vor zwei Wochen der Hunderter geflogen und ich weiß nur, der Marcel Thürr, der plant schon lange irgendwas, hier ein weites Dreieck. Aber das hat jetzt nie hingekaut im Frühjahr. Entweder ist der Lift nicht gelaufen oder der Vorpfleger hat nicht Zeit gehabt oder der Mitpfleger. Aber man könnte da schon sehr weite Strecken pflegen. Viele Leute wissen es halt nicht und an guten Tagen habe ich halt keine Zeit. Da muss halt was anderes tun. Gibt es denn Flüge, die von dir schon weiter waren, die halt nur in keiner Datenbank zu finden sind? Ja, wir sind früher oft, also früher ist man ja nach Italien geflogen, nach Meran. Von dir aus? Das war halt so Standard, vom Grubigstein nach ins Ötztal und da hat man eine Lire mitnehmen müssen. Ja, dass man wieder zurückkommt. Also das war so, das war eigentlich das Größte. Verlauben wir es nochmal anfliegen, das wir schon mal gemacht haben. Wie weit ist das etwa? Ja, wir waren 80 bis 100 Kilometer. Würdest du das gerne nochmal machen? Ja, das machst du jetzt locker. Also jetzt ist das alles kein Problem. Also wenn du mal im Ötztal bist oder Ötzt, dann geht es ja so ein bisschen dahin, über das Timmelsuch rein. Also das ist heutzutage, man könnte das mit vielen Leuten das pflegen. Ja. Man muss halt nur beim Luftraum aufpassen. Man kann zum Fliegen in Nasserreitholz leiten, Sattel, sonst ist der Luftraum halt da ein bisschen abgesenkt. Aber mit heutzutage mit den Schirmen und mit der Leistung ist das alles nicht so ein Thema mehr. Das heißt, dein nächster Hike-and-Fly-Kurs heißt dann und inklusive einem Flug vom Grubigstein nach Meran? Ich mache Meran, das wäre dran. Gut. Alex, vielen Dank für dein Erzählen. Von Grubigstein nach Meran. Wenn du das anbietest, ich melde mich auch an, dann pflege ich das mit dir zusammen. Würde mich auch interessieren. Ansonsten, ja, tolle Geschichten, die du da hast. Und viel Erfolg noch mit deiner Flugschule. Ja, dankeschön. Diese Folge von Potsglitz habe ich im Flugschulkontainer von Alex Rauter direkt neben der Grubigsteinbahn aufgezeichnet. Am Ende brasselte dann doch noch ein heftiger Wolkenbruch aufs Dach. Die Shownotes dieser Episode samt einiger Links mit Bezug zum Grubigstein und Alex Rauter findest du im Gleitschirmblog LogLights. Gefällt dir Potsglitz? Dann verpasse keine Folge und abonniere den Podcast im Podcatcher deiner Wahl. Empfiehl den Podcast auch an deine Fliegerfreunde weiter. Zudem kannst du zum wichtigen Supporter werden, indem du meine Arbeit an Potsglitz und LogLights finanziell unterstützt. Welchen Betrag du gibst, bestimmst du selbst. Mein Vorschlag sind 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro im Monat. Aber egal was du gibst, jede Summe hilft, dass ich Potsglitz und LogLights im Dienst der Gleitschirmszene weiter betreiben und entwickeln kann. Dafür sage ich Danke. Alle Informationen, wie dein Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf der Website loglights.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. LogLights schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel. Ciao. organisationwellunaση. 05-983-481-556-5009,